Servus Leute, Willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Squadrons. Wir passen zum heutigen Tag heute einen Star Wars Pulli an. Einfach mal, um direkt in den Hype reinzukommen. Also am Aufnahmetag, ob ich so am Release-Tag, weiß ich nicht. Das ist nicht mit dir. Bist du mein Drohiel oder was? Bist du mein Drohiel sein, aber jetzt gehen wir erstmal zu den beiden. Ich hab jetzt den... Ich hab jetzt den Nahrungsschatz vergessen. Danke. Bin jetzt noch mal abgestürzt. Könnt gerne abchecken. Hab das ganze Rennen im Holonett mitbefolgt. Ja, ich auch. War von Anfang bis Ende mit dabei. Aber ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich glaube, das war einer von den Asch-Drillingen. Nein, warte. Dellen Buch. Ja, der war es. Mann, der hatte es damals echt drauf. Die einzige Person, die ihm das Wasser reichen könnte, ist Keith. Ach, hör auf. Dellen Buch hat neun Meisterschaftstitel. Ich hab gerade mal fünf. So unterhaltsam das Thema auch ist, Commander Javes meinte, jemand Besonderes wartet auf uns im Besprechungsraum. Es kam irgendwie doch ein bisschen random, dieses Gespräch, um ehrlich zu sein. Ah, jetzt bin ich auch... Alter, ich hab den noch gar nicht ganz so angeschaut, den Hangar hier. Alter, sieht aber cool aus und auch so viele Details. Krass. Schauen wir das erste Mal weiter. Weiter in die Story. Und wo ist er jetzt? Ich bringe ihn mit der Talos-Gruppe von einem medizinischen Konvoi Richtung Javi. Er steckt in Javis Atmosphäre fest. Kein Hyperantrieb. Für die Talos-Gruppe allein sind zu viele Jägerfrauen. Wäre gut für uns beide. Ah, ein Besucher. Wedjan Tillis, Renegatenstaffel. Ihr seid wohl dafür verantwortlich, dass meine Kommunikation wieder funktioniert. Ich hab ein Problem mit einem Sternenzerstörer, bei dem mir Vanguard möglicherweise helfen könnte. Wir brauchen einen Sternenzerstörer für Projekt Starhawk, intakt. Zeigen wir, was Vanguard kann. Wedge, und bitte. Okay. Ich hab auch mal einen einzelnen Charakter aus den Filmen mal mit eingebaut. Finde ich auch cool. Ich hab nicht nur so neue Charakters. Ich hab das schon mitbekommen. Die Talos-Gruppe hat den imperialen Sternenzerstörer Victoro über den Planeten Javi eingeschrieben. Es sind zwei. Wir müssen ihnen helfen, den Kampf umfähig zu machen und zu übernehmen. Wir müssen zunächst einmal die Geschütze ausschalten. Dann wird der Rest wesentlich einfacher. Wenn wir auch das Zielerfassungssystem zerstören können, verschafft uns das noch etwas mehr Zeit. Anschließend müssen wir den Sternenzerstörer zum End dann klar machen. Wir müssen eine potenzielle Schwachstelle im Rumpf der Victorium ausfindig machen. Am besten in der Nähe der Brücke. Sobald ihr eine gute Stelle gefunden habt, bombardiert sie, bis der Rumpf durchbrochen ist. Wir können jedoch davon ausgehen, dass die Victorium noch immer einige Thai-Jäger im Hangar hat. Und die werden versuchen, uns aufzuhalten. Sobald alle Ziele ausgeschaltet wurden, kann die Endermannschaft übernehmen. Während unsere Truppen die Brücke einnehmen, wird Vanguard die Außenseite beschützen, für den Fall des feindlichen Verstärkungen. Sobald das Team die Brücke eingenommen und die Kontrolle über den Sternenzerstörer erlangt hat, treffen wir uns mit der Tempo uns. Okay, das klang jetzt so, als ob das Stehlen eines Sternenzerstörers eigentlich ganz einfach wäre. Hoffentlich habe ich recht. Okay. Ich glaube, ich hätte mal mit Mensch. Entschuldige die beeilte Vorstellung. Die Talos-Gruppe verlässt sich darauf, dass ich so schnell wie möglich Verstärkung für sie organisiere. Dein Commander meint, dass du Talent hast. Genug, um einen Sternenzerstörer zu stehlen. Normalerweise würde ich die Renegatenstaffel damit beauftragen, aber Generous Indola hat mich vorübergehend Projekt Starhawk zu beteiligen. In der Zwischenzeit kümmern sich die Renegaten um eine andere vertrauliche Angelegenheit. Generous Indola hält uns ordentlich auf Trampen. Euer Commander und ich haben etwas gemeinsam. Auch ich bin früher für das Imperium geflogen, in der Skystrike Academy. Mich der Rebellion anzuschließen war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich wünschte mehr meiner Freunde hätten das mir gleich her. Ich weiß, ob wie das passiert ist. In Star Wars Rebelsirid kam es vor. Das war ein nettes Gespräch, aber die Talos-Gruppe erwartet von uns. Vierte Staffel, Folge 6 oder sowas in die Richtung. Also dann ist der Imperianer-Könier rausgegangen. Aber reden wir jetzt mal wieder mit den beiden. Ein Sternenzerstörer. Belangst du ihn da nicht schon ein wenig zu viel ablinden? Vanguard wird damit klagen. Oder etwa nicht? Außerdem braucht Krieg Starhawk den Sternenzerstörer für... Na, du weißt schon. Wedge hat sich in der Schlacht von Yavin einen Namen gemacht. Er kennt das System besser, als es das Imperium je kennt. Ihr kämpft in einem ehemaligen Gebiet der Rebellion. Wenn Wedge also einen Ratschlag hat, solltet ihr lieber die Ohren aufsperren. Denkt außerdem daran, dass auch ein verbundeter Krakaner noch zubeißen kann. Seid vorsichtig in der Nähe des Sternenzerstörers. Recht auch, so früh ihr könnt. Ja, okay, also jetzt mal den Story-Kontext. Und ich glaube, es spielt grob gesagt, ich weiß nicht genau, also es spielt auch nach Episode 6, aber ich weiß nicht genau, wie viele Jahre danach. Ich glaube, ungefähr zu der Zeit, wo der Story-Mode von Battlefront 2, also aus dem Jahr 2017, kam. Äh, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber schauen wir mal kurz weiter. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Yavin, mit wichtiger Gesellschaft, wie es aussieht. Und jetzt wissen wir, dass Projekt Starhawk einen imperialen Sternenzerstörer benötigt. Es ist genug Feuerkraft, um eine kleine Flotte auszulöschen, oder dem Imperium eine unangenehme Überraschung zu bescheren. Das allein würde die Geheimnistuerei nicht rechtfertigen. Es steckt mehr hinter dem Plan des Kommanders. Wir müssen ihm wohl einfach vertrauen. Leider wird das keine leichte Angelegenheit. Selbst ein beschädigter Sternenzerstörer verfügt über unzählige Panzerungen, Beschütze und Schäde. Mein armer, intoleranter Vater nannte Sternenzerstörer immer die Fäuste des Imperiums. Fallschlager damit nicht. Aber sie sind nicht unbesiegbar, wenn man gut ist und Glück hat. Bleiben wir lieber optimistisch. Auf nach Yavin, verschwenden wir keine Zeit. Was mir jetzt gerade ein bisschen aufgefallen ist, dass die Synchro nicht komplett synchron ist. Also es ist leicht. Ah, cool. Oh, die Ionen-Raketen passt. Sie sind ein bisschen stärker als Protonen-Tapiers. Oder, ich weiß nicht, das ist gleich. Der Protonen und Ionen. Ja, stimmt. Bis zum Start. Okay, jetzt starte die Mission und let's go in die zweite Schlacht. Ich frag mich, wann ich das Imperium spiele. Also, das Spiel habe ich ja schon mal, aber wann ich das nächste Mal spiele. Ich glaube, das soll erst einmal ein Teil eher Rebellen sein und danach erst einmal ein bisschen was dann wieder empfehlen. Wahrscheinlich. Mal schauen. Alter, ich bin da richtig gehypt. Ich kann schon fast nicht sagen. Ich kann schon fast nicht sagen. Ah, ja. Ich wollte eigentlich auch... Auto-Ziel-Visieren einstellen. Ja, Ionen-Waffen sind stärker. Ich weiß. I know what it is. Ja, Alter. Ja, Alter. Ich bin es. Das ist ja einfach nicht so. Alter, muss dieser Jäger zu bringen. Ich glaub, der nicht von fliegen. Ich bin seltsam. Ich bin so schlecht im Aim. Ich bin echt im Überleg, ob ich auf Control das wünsche. Das wäre mir einfach ein bisschen Umstellung, da ich halt eben der Tassaturspieler bin. Ich hab dich nicht ohne Grund wieder zurechtgemacht. Jetzt bin ich alle dezent lost. Ich hab' mir dezent nicht klar. Alter, der hat einfach nur 100 HP, als er. Nee, die haben mich erwartet. Na komm, du hast deinen Job getan. Das ist ja schon wieder... Ey, die Fender, ey. Das ist ja schon wieder erledigt. Dann los nicht aufhören. Wenn wir entscheiden... Ich bin noch zwei, ey, Alter. Da werden wir entscheiden, nur noch zwei Defender. Hier ist halt, ich will auch mal einen Kill machen. Das war's. Alle teils versiegt. Große Arbeit, Lenker. Verkehr bei der Tannosanführerin sammeln. Witch, wir hatten schwere Verluste. Wir benötigen Reparaturen. Danach sollten wir verschwinden. Verstanden, Tannosanführerin. Keine Sorge wegen der Imperialen. Wir halten sie auf Trab. Ihr wollt wirklich den Sternenzerstörer stehlen? Das ist der Plan. Okay, Vengard. Mehr nach. Wir geben wir uns zu Victorium. Ich weiß nicht, von Indy mal... Energiehoffsdorfschule. Ich will, das finde ich eigentlich immer gut. Haben Sie jetzt auf... Ja, jetzt nicht das Ding hat jetzt so auf... Hier umgeschalten. Ich habe sie gerade aufgefangen. Ich wollte die Victorium brennen sehen. Aber sie stehen. Das gefällt mir noch viel besser. Der Feier hat mich erfasst. Die Laufbahn des Sternenzerstörers ausgeschaltet. Alles sicher für die U-Flügler. Das ist unsere Chance, den Sternenzerstörer einzunehmen. Wenn wir die Brücke erobern, haben wir Zugang zu den internen Systemen. Es geht nach einer Schwarzstelle, an der die Endermannschaft einsteigen kann. Du bist der Anfüll. Ein Sternenzerstörer aufbrechen. Genau wie in alten Zeiten. Aufpassen, Vengard. Johnny packt ihr Märchenbuch aus. Wann kennt's noch nichts? Bestimmt. Sag mir Bescheid, wenn ich meinen Funk wieder einschalten kann. Wenn dein Funk ausgeschaltet ist. Hier, bitte das Team hier einschicken. Ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Schön, immer fester, okay? Aber okay. Jetzt schießen wir hinten. Okay. Ich muss noch ein bisschen weiter weg. Ich stehe dir bei. Wende. Ich hoffe, du bist bereit. Ich habe dich nicht ohne Grund wieder zurecht gemacht. Wenn ich jetzt wieder die Schwachstelle aufsprengen, ist immer wieder typisch. Okay. Okay. Ich habe sie noch viel. Das Ding hat 4 HP. Ich habe keine Mulz. Ich habe keine Mulz mehr. Und in. Geil, wie kacke meine AIM ist. Alter, aber da hinten. Kurz auf Facts stellen. Ich bin Blackfro. Ich bin Blackfro. Was soll ich jetzt machen? Oh. Ja, so gut. Das wären nicht mehr viele. Also. Next one. Ich glaube, das ist bis jetzt meine beste Runde. Ich bin noch kein einziges Mal gestorben. Na, ich weiß aber auch nicht, wie alles noch gehen wird. I don't know that. But I don't know, where is the last tie? Okay. Ich müsste möglichst lange zu meinem Sichtfeld dann haben. Alter, muss der zumindest so, ich glaube, fliegen. Ich glaube, das ist ja jetzt schon dezent, dass der so ekelhaft fliegt. Endlich. Wir sollen da richtig rumdrehen. Ich bin noch geil da lang geflogen. Und dann tut die Kerstin da wieder rum. Okay. Ich bin noch kein Problem. sein oder computer zugang und verschlossene panzer türen da ist ein imperiales trägerschen schicken verstärkungen sie werden nicht kampflos aufgeben er kamen die schlusser m für den das sind auszuwählen die neue das muss ich auswählen alle feinde alle freien müssen sich auswählen jetzt sieht arkt Ah, muss von mir doch. Das ist das Ding, das ist mir geblinkt. Das meint hier an den Zee. Ein Kaktaijäger. Das ist ein Kaktai-Jäger. ich hab jetzt schon wieder den Überblick verloren Zeitabfangen Zeitabfangen ich lebe noch hab ich dich Ah, ich hab den Aufstieg Oh Nice, haben wir mal einen Teil Ich hab einfach mal einen Teil in Sperrfeuer geflogen Pass auf der Brücke Brrrr, und frisch schaffen es wieder Suck Träger Schiff zerstört Endlich Hervorragende Arbeit Okay Team Erledigen wir nicht recht Die Brücke erst versiegelt Wir schneiden uns den Weg frei Was verfolgt Obwohl eigentlich alles immer mitten im Bildschirm steht Das ist manchmal auch ein bisschen nervt Schade Ich hab nicht ohne Rakete draufhauen Und ich hab ein bisschen vertan Bin schon stark Und teils auch stärker als äh Und anderen Dinger äh Vorsicht, eine Rakete verfolgt dich Ja Ja Alter Wo? Ich hab mich hier rausgeglaßen Ich hab mich hier rausgegläst Oh ich denke jetzt hoffen weil es jemand anderes hey was du jetzt gegen mich fliegen wir schon mit der mensch gehen es noch unten ist überhaupt nicht ich wünsche noch Speed, okay, ey. Nice. Nice. also es ist so eine in Anführungsstrichen Sequenz wo man direkt drin ist, sieht auch schon cool aus also und ich dachte jetzt kommt noch mal was wenn er schon wieder fast eine halbe Stunde aufkam das war die vierte Folge Ice Ring ja vierte Folge Star Wars Scrolls ich hoffe mal wir können auch demnächst auch mal auch wenn sie das Imperium spielen, weil da will ich auch mal was machen und ja, ich freue mich, ich denke mich fürs Zuschauen und ich würde mich sehr über ein Dragon 9 O freuen und ja, dann bis zur nächsten Folge aus Scrolls oder auch schon bei der nächsten Folge von Minecraft 11 Servus Leute! Musik 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 Musik